Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Ja, wir begrüßen unseren Angreifer Kai Brünker bei uns. Kai, bei der Pressekonferenz heute Morgen konntest du noch nicht mitwirken. Ja, du hast dich noch einer Behandlung unterziehen müssen. Ja, was hat es damit auf sich gehabt und ist dein Einsatz für morgen in Gefahr? Nee, der Einsatz ist nicht in Gefahr. Ich war vorgestern beim Spielersatztraining dabei, das ist mir ein bisschen hinten in den Oberschenkel reingefahren. Und gestern über den Tag hin habe ich nichts gespürt. Am Abend hatte ich mal unseren Physio angerufen, weil ich dann doch ein bisschen was gemerkt hatte. Dann haben wir eben kommuniziert, dass wir heute Morgen zum Arzt gehen und die Sache mal genauer anschauen. Dass ich dann eventuell auch bei dem Training heute Morgen noch mitmachen kann. Und dass ich dann sicher bin, sage ich mal, für morgen gegen Saarbrücken. Also du wolltest unbedingt heute am Training noch mal teilnehmen. Ja, morgen steht es dann an, das letzte Heimspiel des Jahres hier in unserer MNCC Arena. Wie groß ist die Vorfreude und wie sieht es im Team aus? Die Vorfreude ist mega groß. Also jeder in der Mannschaft ist bereit, die 90 Minuten wieder alles reinzuhauen, was es gibt. Wir wollen gewinnen gegen Saarbrücken und natürlich auch das letzte Spiel gegen Duisburg. Und ja, volle Euphorie sind wir. Nun ist das letzte Spiel erst wenige Tage her. Wie sieht es dann mit der Belastung aus, mit der Regeneration? Was hat man in den vergangenen Tagen gemacht und wie bereitet man sich jetzt in den letzten Stunden noch mal vor aufs letzte Heimspiel? Ja, also bei den englischen Wochen, da steht natürlich im Fokus Regenerieren, dass du deine Belastung ein bisschen runterfährst. Und in den letzten Tagen, jetzt gestern hatten wir eine regenerative Dehneinheit, das war schon ganz gut. Manche davon sind dann noch danach im Kraftraum gegangen, um nochmal ein bisschen den Testosteronspiegel hoch zu pushen. Und ja, jetzt heute wahrscheinlich werden wir uns ein bisschen mehr auf den Gegner einstellen. Und ja, ich weiß es selber nicht. Die letzten fünf Spiele, ja, da blieben wir ohne Niederlage. Allerdings sprang jedoch auch nur ein Sieg heraus. Ja, ich denke, das wollen wir alle gemeinsam ändern. Ja, worauf wird es dann morgen ankommen und ja, wo hat Saarbrücken seine Stärken? Ja, Saarbrücken, ihre Stärke ist, dass es eine geschlossene Truppe ist. Die sind natürlich zusammen aufgestiegen, es ist ein verschworener Haufen. Aber man hat natürlich jetzt auch letzte Woche gesehen, dass sie verlieren können. 2-1 gegen Bayern München. Und warum sollten wir sie nicht schlagen? Also, es ist ein Aufsteiger. Wir sind der 1. FC Magdeburg und wir spielen bei uns im Stadion. Und da muss man auch uns erstmal schlagen. Also, geil. Dann wünsche ich mir dir für morgen bestes Gelingen, dem Team natürlich auch. Ja, und viel Erfolg. Danke dir, Marvin.